Oh, in der Zwischenzeit. Wir haben gerade den Eiden reingeholt. Ich glaube, ich muss nicht fragen. Okay, also, ich arbeite mit ihnen, also was? Floran war in ihrer eigenen Operativen. Ist er ein Double Agent? Was soll ich wissen? Ihr habt euch erzählt, was ihr mit der Hölle aufhörst? Ich habe sie weggebracht. Das war das letzte, was ich von ihnen hörte. In der Hölle, ich dachte, sie waren beide tot. Was war die Mission, Coben? Kein Bullshit. Sie haben sich verabschieden, die MPs verabschieden. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwöre zu Gott. Warte, 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 schau. Kestrel und ich, wir haben ein bisschen Geschichte. Freunde, du? Ja, go fuck yourself. Getting shot like this, was er, was er, ein Vegetable? Was er, was er, was er? Let's wait and see right now. Just... Keep me posted, will you for sure? Sounds like you guys nabbed one hell of an asset, if he wakes up. Either of you told Coben that Kestrel was shot? No. Nope. Then how'd he know? First time to put his hand on the ground. So... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020